Was ist denn das? Ich schluss nicht, komm schon. Alles, also jetzt, am Läufer sitzt man. Das ist doch... Ich muss das nicht... Dreh's nicht hin. Nee. Das ist ein Läufer, also... Ja. Ich hab's ja genau gesagt, dass ich jetzt hier auf dem Läufer aussitze. Aber... Was ist denn? Was ist denn nach vorne, Blöken? Ich hab's ja gar nicht geschützt, der hat den Druck. Oh, was ist denn mit Trunk? Oh, was ist denn mit Trunk? Der erste Mal muss ich noch sagen. Ich muss noch gar nicht lang sein. Nein, mit der, ne? Ja, aber... Ich hab's ja nicht viel Ziele, dann mit 500. Der erste Mal mit 315. Ja. Auch der Zier. So, wann noch? Ja. Ja, war's. Das war's.